hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von das ist gar nicht so dunkel hier sei mit dem alten mann von den schlaftabletten ich weiß nicht was ich dazu sagen soll hier ist nur mord und totschlag ich glaube der hat die leute angezündet sie ist diejenige die das angetan hat oder sie hat es oder es ihnen hat tun lassen kommt auf selber raus aber sie hat die fotos behalten einen ganzen schuhkarton voll im obersten schrankfach vor alle die langen einsamen nächte wer braucht denn schon alles in echt mal gucken was da war ich denke mal so richtung wird stärker alles beginnt zu zerfallen dina dina es ist einfach nur klasse das spiel bin total begeistert foto ich habe mir den ganzen desktop voll mit bildern du willst es noch mal versuchen damit es so wird wie es vorher war ich weiß noch als wir uns kennenlernten da wolltest du die welt erobern du hättest es fast geschafft aber dann hast du die chance vertan warum glaubst du dass du diesmal nicht denselben fehler machst er sagt kein wort ich weiß nicht ich muss drüber nachdenken ich muss drüber nachdenken was für ein loch diese stadt oh gott und wer ist er wer wird stärker da hinten scheint noch farbe übrig zu sein ich wollte gerade sagen hier ist kein dreck aber ja irgendwie stimmt das denn nicht so ganz was ist das denn hier eine bühne sie wirkt auf mich wie eine bühne den zettel kann ich nicht nehmen doch du nimmst ihn mit zu dir nach hause und mein gott ist er gut dann drehst du dich zu ihm herum für eine zweite runde und seine haut löst sich ab wie feuchtes toilettenpapier und darunter ist er schwarz und verrottet und deine oberschenkel sind mit klebrigen heißen teer verschmiert hübsch das ist doch mal eine erfahrung die balken können wir anstrahlen aber mehr auch nicht ein klebriger da da was erwartest du denn die stadt hat kein ende keine pause für dich für mich oder irgendjemanden du musst da einfach raus mhm da ist oh shit wo ist denn nein 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 das ist sein reich fuck das ist sein reich ich kann nicht weiter gehen als bisher das ist sein ah oh wohnt ihr das mit shit ups palast aha ihr seht das auch oh ich bin ja schon da wenn wir die mal die lampe ausmachen laufen kann ich hier nicht ich muss gehen da ist was rotes da ganz unten ich muss batterien sparen das ist sein reich wer ist er hm ach hier wurde wieder gezündelt ich kann hier lang gehen westbound hier ist ein karton der dumme papa hat sein genick gebrochen deswegen hat baby einen krummen rücken aber wenn baby seinen kopf nicht gerade halten kann wie soll mama denn jemals soll es denn mama jemals stolz machen aha ich will nur gucken ob hier auch was ist hier ist eine tür aber die wird ganz sicher nicht aufgehen nein gut die bilder kennen wir wo ist das kann überall lang gehen hier drinnen ne da so body oh gott er kommt zieh ihn bloß nicht an body er weiß es er weiß alles doch er ist hier lauf lauf body lauf da dann laufen wir mal hä ich will nur sehen nicht dass ich irgendwas irgend irgendwas gegen laufe wer ist er ja hier fehlt die maussteuerung die dann ist man ein bisschen flinker ne ich kann mir den controller natürlich ein bisschen schneller stellen das weiß ich ja das weiß ich wirklich ich weiß nicht ob das Sinn macht hier lang zu holen geil und das jetzt mit vr brille oh gott die bratwurstlinie die bratwurstlinie erstmal die batterien da gehts dran hat wohl nichts zu sagen ne oh ich kann wieder nur gehen und bin in diesem moment dort geblieben jetzt kann ich wieder laufen ich spürte meinen körper nicht ich spürte meinen geist nicht ich hab hellere farben gesehen und ich konnte höheren klängen lauschen wenn du so in dir selbst fällst wenn du so in dir selbst fällst in deiner eigenen gegenwart ist es egal was um dich herum geschieht du ergreifst von dir besitz und du kannst alles tun alles tun alles tun und dann dino geile ich liebe sowas Missing? Ich wurde vermisst? Das bin ich doch. Also die Figur, die ich spiele. Kann ich hier irgendwas machen? Nee. Oh! Ist das das Blut? Was wir immer sehen, wenn wir gestorben sind? Das wird ja immer verrückter hier. Da sind Dinge in den Wänden. Manchmal kann sie hören, wie sie sich bewegen. All die Geister aus all den Geistergeschichten. All die traurigen Hirngespinste. Die Stücke für Stück durch den Putz dringen. Ich guck grad in der Serie auf. Prime. Die nennt sich Deutschland 83. Beziehungsweise die zweite Staffel 86. Naja. Ach man, raucht wieder. Ist ja auch jetzt schon. Ah, das werden wir noch auswerten. Werden werden wir da noch irgendwann. Die Woche. Hier kann ich auch lang. Denn sollte ich vielleicht mal erstmal hier schauen. Ich will nur gucken, ob hier noch ein paar Verstecklichkeiten... Laufen wir hier im Kreis oder was? Das sieht aus wie leichten Säcke. Noch finden wir genug Batterien. Man muss nur ein bisschen links und rechts gucken. Dann findet man schon was. Aber von hier sind wir definitiv nicht gekommen. Da ist grün. Ich geh ins grüner Licht. Das ist mir sympathisch. Das Bild auch. Das ist ein Rohrschacht-Test. Ach so. Das ist ein Labyrinth-Symbol hier, würde ich sagen. Also müssen wir doch da lang. Da waren dann nur... Bei dem grünen waren nur zwei Batterien. Dann noch ist hier genug Licht. Ich muss hier keins anmachen. Ich will hier schon wieder... Diese Kugel... Da ist er. Denk mal nicht. Ich hab dich nicht gesehen. Ach, der ist hier durch die Tür weg, ne? Die jetzt nicht... Die noch aufgeht. Da. Da hat er sich versteckt. Und. So, ich geh mal hin. Jetzt sind da zwei. Das ist der Typ, den wir gesehen haben. Der mit dem Feuer. Oder was das da war. Okay. Geht das schon wieder los? Das könnt ihr doch nicht mit VR machen. Seid ihr bescheuert? Jetzt bin ich aber woanders. Vielleicht muss das auch manchmal sein, dass man einen auf den Muschel kriegt. Oh, was ist hier los? Oh, was ist hier los? Guckt mal. Ich höre hier noch andere Schritte. Das ist höchst irritierend. Ah, da ist was für mich. Und da auch. Erst mal das. Der Lumpensammler hat immer volle Taschen. All die glänzenden Dinge, die er auf den Straßen findet. All die Abfälle und Knochen und den Dreck. Sie ragen heraus, hängen herab, schleifen hinterher. Auf seinen Knien füllt er sich immer noch mit seinen dreckigen Fingern die Taschen und hustet sich die Seele aus dem Leib. Ja. Toll. Da ist wieder Blut. Der wollte weg. Der wollte da gar nicht hin, wo ich jetzt hingehe. Boah. Hört auf damit. Äh. Hier geht's auch nicht weiter so wirklich, ne? Äh. Klasse. Ach, jetzt geht das wieder los. Hier ist ne Tür. Äh. Halt. Bleibt doch hier Tür. Was ist das geil gemacht? Ich bin da mal weg. Wenn man mich lässt. Ich bin da mal weg. Damit sind wir wieder am Anfang, ne? Boah, die ganze Stadt brennt. Da ist er. Kann ich denn irgendwas machen? Nein. Ich muss wohl zusch... Oh, 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 oh. Ist er der, ist er derjenige, der alle Sünden ausbrennt? Buch? 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 Und da ruckelt der Zug weg. Da oben steht er. Da oben stand er. Missing. Vielleicht hat er einen Unfall und er sieht das jetzt alles in seiner... Ich will hier lang gehen. Das gefällt mir von der Optik. Geht das? Das geht. Und hier drinnen kann man hier auch reingehen. Wo ist da war er? Gehen wir mal hier weiter. Hier ist Musik. Musik. Und Licht. Oh, 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 oh. Kann ich wenigstens Licht machen? Ja. Ich glaube, das war richtig. Äh? Farbe? Wo kommt die Farbe her? Huch, was ist denn jetzt passiert? Hehehe. Hier ist jemand sehr besorgt. Dass ich nicht ausreichend Batterien habe. Er hat hier wieder gewütet, ne? Da ist eine Tür. Geht die auf? Äh. Ja. Ach, geht das schon wieder los? Ne, doch nicht. Na gut, ich mache noch diese Folge nicht so lang. Ich hoffe, dass das jetzt hier einen Speicherpunkt gab. Wir sehen uns in der nächsten Folge, hoffe ich. Ich mache Freude. Feierabend. Tschüss.